Und wir kommen zurück in Kapitel 11. Der hat mir das jetzt... Mr. Clark, ich nähere mich jetzt dem Shuttle-Hunger. Sie müssen... Sie müssen irgendwie zur Frachtbucht kommen. Der Marker, er wird dort drinnen aufbewahrt. Es gibt dort einen Frachtkram, mit dem Sie den Marker zum Hangar heben können. Bitte, Sie müssen mir dabei helfen. Das ist der einzige Weg. Okay, das ist der einzige Weg, das bekommen wir hin. Ich möchte jetzt aber gerne nochmal eben shoppen. Und daran dürft ihr jetzt auch kurz teilhaben. Ich werde erstmal hier... Oh, wow. Ja, wir sind nämlich auch richtig reich. Und ich werde jetzt noch richtig viel verscheuern hier. Den Halbleiter. Ich habe ja... Puh. Jetzt bin ich gerade schon wieder ein bisschen überfordert. Weil ich ja auch nur noch diese eine Waffe habe, ne? Ähm... Wo ist denn jetzt hier meine Waffe eigentlich? Plasma Cutter, ne? Das ist meine Waffe. Und dafür haben wir das hier. Ich werde erstmal... Alles verkaufen. Ich habe ja... Bitte schreibt mir doch mal... Welche Waffe soll ich mir jetzt wieder kaufen? Ich habe alles verscheuert, weil ich die Kohle brauchte. Okay, das können wir jetzt auf jeden Fall lassen. Ähm... Habe ich jetzt gerade... Habe ich jetzt gerade... Die falsche... Munition verkauft? Ja, ne? Ja, ich habe die falsche Munition verkauft. Ist aber kein Problem. Dann kaufen wir uns halt neue Munition. Und wir haben auch einen neuen Anzug, ne? 60.000. Wollen wir uns den gönnen bei uns? Und für den Rest kaufen wir Moon. Jetzt müssen wir uns erstmal umziehen. Ich hätte erst die Moon kaufen sollen. Ich hätte erst die Moon kaufen sollen. Wow, sexy, oder? Unser Isaac. Sieht richtig hot aus. Mit einem geilen Knackarsch. So. Ähm... Wir verscheuern jetzt alles. So. Seid mir nicht böse. Wenn ich hier wieder Müll gemacht habe, kann ich hier nochmal speichern eigentlich. Nee, Werkbank... Gut. Dann latschen wir mal los. Ah! Ja. Ja. Gleich wieder losgebürgt wie so ein Schwein. Ich finde, das klingt immer wie so ein... Wie so ein Schwein. Wie ein abgestochenes Schwein, um genau zu sein. Und hier ist irgendwie so einiges los, habe ich das Gefühl. Wir gehen erstmal auf den Klo. Uh. Ich glaube, da ist irgendwas gerade durch den Lüftungsschacht durch. Also hier geht's wirklich... schon ein bisschen ab. Dieses Flüstern bereitet mir doch wieder ziemliche Gänsehaut. Das klingt ein bisschen aggressiv. Findet ihr nicht auch? Oh! Speichern! Speichern! Bevor hier irgendetwas passiert, ganz schnell speichern. Okay. Okay. Wer will uns was? Hier ist eine Kiste. Irgendjemand ruft hier die ganze Zeit. Isaac. Hier ist unser Weg. Isaac! Hallo. Ach, da unten. Fett klopst. Ah ja. Was ist hier? Bergbank. Brauchen wir nicht. Kann ich eigentlich so weit schießen? Ja, von wegen ich kann ich mir zielen, Leute. Von wegen! Da kommen meine Shooter-Skills wieder durch. Wir können ja mal warten, ob Klops hier unten langkommt. Dann können wir ihn von hier oben abballern. Ja, da kommt er nämlich. Und bei dem muss ich sowieso aufpassen. Oh, oh, oh. Da kommen nämlich die Kleinen. Oh, ich bin so gut. Ich bin so gut. Die beiden haben wir schon mal ausgeschaltet. Können uns nicht mehr gefährlich werden. Perfekt. Ich habe ein bisschen Wammel übrigens vor dem End-Boss, ne? Weil dieser Zwischen-Boss, den wir da hatten, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Der war schon richtig, richtig asozial. Und ich habe richtig lange und dafür gebraucht. Wir gucken mal eben, ob der noch Loot hat für uns. Wichtige Munition. Aha. Energieknoten. Yes, Baby. Okay. Okay, hier sind irgendwelche Leichenteile. Irgendein Vieh treibt sich hier definitiv noch rum. Credits. Und Schränke. Ja, gut, dass wir die Runde hier gemacht haben. Das lohnt sich wieder richtig. Denn wir sind ja auch pleite. Alles ausgegeben. Es wäre ganz nice, wenn ich jetzt die Stase nochmal aufladen könnte. Irgendwo. Oh, noch mehr Loot. Brauche ich alles nicht. Fast alles zumindest. So, okay. Dann machen wir mal hier. Okay, was passiert jetzt? Wir holen irgendwas hoch, scheinbar. So eine Art Magnet vielleicht. Ui. Ui, was ist das denn geiles? Ach so, das ist dieses... Wow. Ich wusste es. Chinese? Okay. Ich muss husten übrigens. Und da hinten ist so ein Hase. Nein. Nicht wahr. Wieso bist du nicht tot? Scheiße. Was ist das denn? Haben die gepanzerte Beine? Ich habe Schiss, das ist der... Genau davor habe ich Schiss gehabt. Oh, wow. Okay, 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 okay. Hier sind noch Schränke. Sehr gut. Hat geklappt? Hat geklappt. Wow. Was war das? War das Stase? Okay, kurz ins Inventar gucken. Wir haben Stase. Super. Und wir nehmen auch unser letztes Medipack. Es ist eh nur ein kleines. So, und jetzt müssen wir uns was überlegen, ne? Oder ist das Vieh jetzt erstmal abgehauen? Der böse Arm scheint weg zu sein, ne? Hä? Wo soll ich hin, bitte? Ich weiß nicht, was das schon wieder soll. Ähm, wahrscheinlich müssen wir nach oben oder nach unten. Äh. Ah! Okay. Oh. Das ist nämlich mein Kacke. Alter, das ist doch hier der Typ. Okay, wir versuchen den erstmal Platz zu machen. Ja. Nicht einfach mal wieder super daneben, Baller. Ich würde irgendwie gerne zwischenspeichern. So. Komm hoch. Mann! Kann ich den auch Stasen einholfen? Wir probieren den mal zu Stasen, oder? Schnell nachladen einmal. Ha! Yes, sir! Okay, gut. Jetzt können wir hoffentlich mal dahin. Wie bitte? Och, nein. Noch ein zweiter davon. Okay. Gut. Das nützt nichts. Ich glaube, den werden wir von der anderen Seite schnappen. Ich renne mal einmal kurz rum. Zeit verfliegt hier schon wieder. So, jetzt kommt er wahrscheinlich gleich. Ja, ich, äh... Ah! Mein Gott, nochmal. Das ist... Das ist nicht witzig hier. Wirklich. Speichern konnten wir oben nicht. Mann, 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 Mann. Okay, so. Jetzt aber ein neues. Yes, Baby! Gibst du jetzt Ruhe? Ich hoffe, das war's. Ach ja, wie schön ist es, wieder hier rumzuschreien. Wer will mich... Ist das... Ist das eigentlich jetzt euer Ernst? Das geht mir ein bisschen auf den Sack. So, komm jetzt her. Hä? Ich hab keine Lust, jetzt hier einen Tod zu riskieren. Okay. Ich weiß, ich hab schon wieder volles Smet daneben geballert. Aber gut. Das ist auch nicht so einfach. Okay, wir rennen mal kurz hier rüber. Dann... Da kommt doch... Wer kommt da? Wer kommt da? So. Komm raus! Ich kann... Mann, ey, warum bin ich auch so blöd? Ich darf... Ich muss auf das gelbe Ding schießen und nicht... Ich muss einfach besser zielen. Und ruhig bleiben. So. Jetzt laufe ich einfach mal. Da kommt noch einer. Muss ich die jetzt alle töten eigentlich? Ich hoffe, meine Moon reicht dafür aus. Das ist wirklich... Ich glaube fast nicht so grottenschlecht, wie ich hier schieße. Aber ich hab schon wieder keinen Bock, das alles normal zu machen, Mann. Komm raus hier! Du komischer Arm. Ja, ich laufe mal kurz durch. Ich laufe mal kurz durch. So. Ich kann nicht mehr nachladen. Dann müssen wir gleich die Energieknoten verkaufen. Und zwar genau jetzt. Ja, prima. Okay. Schade. Moment. Ich hab hier noch Schränke gar nicht geöffnet. Da ist vielleicht noch Moon drin. Ah, super. Bisschen zumindest. Vielleicht reicht es sogar noch. Wir versuchen es. So, mein Freund. Komm her. Ja, den Schuss hätte ich mir auch schon wieder sparen können, tatsächlich. Den auch. Ja, das war es auch schon wieder mit dem Nachladen. Vier Schuss haben wir noch. Vier Schuss noch. Ich bin so dämlich. Ich bin so blöd. Aber Zeit ist mir. Eben noch alles so hoch gelobt hier. So, wir fahren mal eben hoch. Ja. Der kann doch ruhig noch ein bisschen ausrasten. Werkbank. Wir haben hier gar keinen Shop, ne? Vielleicht, äh... Kann ich zurückgehen? Speichern. Da war das Klo. Ich glaub, von hier sind wir gekommen. Da müsste eigentlich auch... Da war auch kein Schock, ne? Scheiße. Wir haben hier... Wir haben hier nichts. Oh, doch. Ach, ich bin ein Idiot. Okay. Ich, ich, äh... Mach das mal eben. Ohne euch. So, da sind wir wieder. Da bin ich wieder. Äh, ich konnte natürlich gar keine Energieknoten verkaufen. Auf jeden Fall hab ich die ganze Moon eben verscheuert, die ich, äh... Hier so eingesammelt habe, die wir sowieso nicht brauchen. Hab eben einmal kurz abgespeichert. Und jetzt können wir uns, denke ich mal, das letzte Vieh hier holen. Ich hoffe, dass das letzte ist. Was ist denn jetzt eigentlich zu tun? Okay, jetzt zeigt der Weg da hinten lang. Naja. Ach ja, irgendwas mit Chinese sollten wir ja machen, ne? Ich erinnere mich. Wie ging das noch? Mit X? Wie ging denn noch Chinese? Achso, wir müssen das hier... Achso, ich seh's schon. X? V? Fuck. F? F war's. Wow. Da kommt einiges auf uns zu. Verdammt. Halt... Wow. Eieiei, krass. Ich muss einfach losballern, Freunde. Wow, sind die aggressiv. Die Freunde. Das war aber noch nicht alles. Oh-oh. War's? War's das immer noch nicht mit dir? Ich wollte eigentlich deinen Arm abschießen. Ja, scheiße. Ach man, ey. Fuck you. Das war's schon wieder mit meiner Moon. Ich hasse diese Viecher, ne? Was? Scheiße. Tritt den Blatt, los! Rauf da! Brauchst du überhaupt nicht abhauen? Ja! Los, nimm die Moon, nimm die Moon. Habe ich die Moon jetzt genommen? Nein, habe ich nicht. Gut. Ich werde dich kriegen, du kleines Drecksstück. Wie der einfach mal abhaut. Warum ist denn diese Moon nicht mehr hier? Hier lag doch eben Munition. Okay, das wird ein erbitteter Kampf hier. Ah, jetzt habe ich plötzlich auch Munition genommen, ey. Super Sache. Wirklich super Sache. Ging die ganze Zeit gerade nicht mit dem Nachladen, ne? So, ich hoffe, ihr kommt jetzt nichts. Ich sehe nämlich nichts. Aufgabe erfüllt! Perfekt! Okay. Oh, fuck it. Wow! Oh, Mann, ey! Gut, das war keine gute Idee. Ich wollte nämlich eigentlich abhauen. Aber. Ach, Mann, ey. Jetzt sterbe ich und muss die ganze Drecksarbeit nochmal machen, ne? Lauf, Isaac, lauf. Da war irgendwas zum Einsammeln, aber ist egal. Ich versuche einfach wegzulaufen jetzt. Ich will einfach nur weglaufen hier. Ich muss nur hochfahren. Komm schon. Das ist... einfach hoch. Ich hoffe, wir müssen hier auch hoch, aber das ist ja eigentlich kein anderer Weg. Mach auf! Und speichern! Raus hier, raus hier, raus hier. Speichern. Oh. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Freunde. Das war's auf jeden Fall mit dieser Folge. Es geht bald weiter. Ciao!